Der Ninja kennt keine Furcht. Der Ninja kennt keinen Zweifel. Der Ninja kennt nur die Mission. Ninja in geheimer Mission. Er ist fleischgewordene Kampfkunst in Perfektion. Ein Meister der Tarnung und Täuschung. Das letzte Bollwerk der Menschheit gegen die Schrecken des Kommunismus. Das ist Ninja in geheimer Mission. Gewissenlose KGB-Agenten vergnügen sich mit perversen Folter-Experimenten. Hier zeigt die Sowjetunion ihre hässliche Fratze. Nur ein Mann wagt es, sich dem roten Abschaum in den Weg zu stellen. Nur einer kann dort hart durchgreifen, wo sonst jeder internationale Gerichtshof versagt. Ninja in geheimer Mission. Wenn der Terminator ein Russe wäre, hätte er keine Chance gegen... Ninja in geheimer Mission. Er mäht seine Feinde nieder wie Unkraut im Garten der Freiheit. Gnadenlose Ninja-Action für eine bessere Welt. Patrioten entscheiden sich für Ninja in geheimer Mission.